Was mir sofort einfällt, ist die riesige Auswahl an Thermoprodukten. Da finde ich eigentlich immer das richtige Teil, vor allen Dingen auch für ältere Fahrzeuge. Ganz klar, der optimale Service. Wenn ich Fragen habe zu Bärheller Service-Teilen, rufe ich dir an. Die haben eine gute Hotline. Ich mag das Know-how-Tool und natürlich die App zum Thema Thermomanagement. Alles sofort apropa ist. Wir nehmen regelmäßig an Schulungen und Training teil, was sich deutlich in der Qualität unserer Werkstatt widerspiegelt. Was mich wirklich überzeugt, ist die Qualität der Teile. Da merkt man einfach, dass unter Bärheller Service ein Erstausstatter steckt. Ich finde die Werbemittel der Firma Bärheller Service für die Kundenansprache sehr wichtig. Wie zum Beispiel auch diesen Pinguin, ein echter Eyecatcher. Genauso wie die Flyer mit wichtigen Informationen zum Thema Klimaservice und Klimacheck. Auf Bärheller Service kann man sich verlassen. Da ist viel Kompetenz zum Thema Thermomanagement und das gibt uns Sicherheit. Das ist viel Kompetenz zum Thema Thermomanagement.